Salome Kammer ist eine deutsche Schauspielerin, Stimmsolistin, Sängerin und Cellistin. Leben Salome Kammer wurde als viertes von sechs Kindern des evangelischen Pfarrers Otto Kammer und seiner Ehefrau Siegel in der Kammer in Nidda geboren. Nach dem Abitur in Frankfurt am Main studierte Salome Kammer an der Volkwanghochschule in Essen Musik mit Hauptfachvioloncello bei Maria Kliegel und Janosch Starker. Schon während des Studiums mit anschließendem Aufbaustudium an der Musikhochschule Mannheim widmete sich Salome Kammer in freien Gruppen dem Schauspiel und nahm privaten Schauspielunterricht. Im Jahre 1983 wurde sie an die städtischen Bühnen Heidelberg verpflichtet, wo sie fünf Jahre lang in den Bereichen Jugendtheater und Schauspielmitglied des Assabels war. 1988 zog sie nach München, um in der Produktion Die zweite Heimat von Edgar Reitz die weibliche Hauptrolle der Cellistin und Sängerin Clarissa Lichtblau zu übernehmen. Mit dieser Filmrolle wurde Salome Kammer in vielen Ländern bekannt. Ihre Ausbildung zur Sängerin und Stimmartistin vollzog sich während und nach der Filmarbeit. Zehn Jahre lang verkörperte Salome Kammer erfolgreich in verschiedenen Inszenierungen die Rolle der Eliza Doolittle im Musical My Fair Lady. Nach einigen Gastspielen im Sprechtheater widmete sich Kammer zunehmend dem modernen Musiktheater mit Engagements an Opernhäusern in Berlin, Wien, München, sowie Paris, Lyon und Stuttgart. Nebenher ist sie seit vielen Jahren mit dem Pianisten und Komponisten Peter Ludwig mit musikalischem Kabarett auf den deutschen Kleinkunstbühnen zu hören. Salome Kammer unterrichtet an der Münchner Musikhochschule zeitgenössische Musik für Sänger. Sie lebt mit ihrem Ehemann, dem Regisseur Edgar Reitz, in München. Auszeichnungen 2003 Schneiderschott Musikpreis Mainz gemeinsam mit Thomas E. Bauer 2015 Schwabinger Kunstpreis Schneider